Und ja, wie ihr seht, sind wir mitten in der Runde. Ich bin noch nicht gelandet. Ilici, ich komme in dein Haus, ne? Von oben. Ja, komm her. Ja, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Da kann man in den Bild vom anderen. Komm, Ilici, komm, Ilici, ins Blaue. Ja, okay. Ja, wir kommen nach. Wir kommen nach. Wir kommen nach. Alter, schrei nicht so. Er hat eine Ska. Die gibst du mir. Die gibst nur mir. Nein, du gibst mir die. Ja, lass die doch mal. Er muss noch auch mal was kippt. Nein, du gibst mir die. Hält dich aus. Ja, warte doch. Oh, schließt ihn einfach. Hey, schließt das, Alter. Oh, nee, die Kinder. Komm, 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 komm. Ja, dann gib mir einmal bitte eine Ska davon. Mir ist mir egal. Gib mir die, du. Ja, behalte die, du. Gib mir die Ska. Oh, es ist halt. Hi. Gib mir die Ska. Hi. Nein, nimm, nimm. Nimm, nimm. Bald. Hey, wo seid ihr beide? Oh, Alex. Der kommt hoch. Oder kommt hoch. Ja, dann gib ihr bitte alles. Nein, nimm. Knien, knien. Du musst knien, einfach knien. Und schon bis unten. Hallo? Ich darf jetzt beide runtergehen. Der ist da? Hey, Alex. Sniper? Ja, aber du hast einen Sniper und du hast noch, jeder muss eine gute Waffe haben, weißt du? Nein, ich nehm die, ich nehm die und du kriegst die, okay? Ich mag die mehr. Ich hab einen Schuss. Ja, dann müssen wir sammeln. Ja, ich hab einmal Patronen. Ich brauch, ich brauch Sniper, was braucht diese Zielrohrsturmgewehr für Patronen? Ähm, mittlere, mittlere. Kannst du mir geben? Kannst du mir geben? Ja. Ich bin neben den, ich bin neben den. Wer braucht, wer braucht? Ich, ich. Sei. Nein. Nur sei. Sei so, er ist schon richtig im Traumbau. Erpress mich bitte nicht. Nein, nein, nein. Das war meine Munition. Ich wollte die nehmen. Du hast die weggenommen. Ich hab sie nicht. Doch, du hast sie. Du bist rüber gelaufen und hast sie eingesammelt. Mittlere Munition. Dankeschön. Ja, ich guck, ich guck, ich guck. Ich seh ihn, ich seh ihn. Er war 150. Oh, scheiße. 150. Ja. 150. 150. Ich nehm den, Elitschi. Ich nehm den. Elitschi, ich krieg den. 15. Oh, Junge. Ey, ich zeige, du bist so geizig, ne? Ich krieg den Gipfer. Oder gierig. Darun er 15. Ich glaub nicht, krieg ich. Ich darf nicht gierig sein, Song. Alter. 150. Oh, ey. Aber bitte gib mir, gib mir das. Ich liebe die. Oh, shit. Oh, jemand ist in meinem Stream. Peachy, bist du in meinem Stream? Nein. Bist du in meinem Stream? Äh, Gollum? Ich glaub hier ist niemand. Ja, dann, dann ist jemand in meinem Stream. Wer bist du? Wer bist du? Ja, aber bitte gib mir die Ska. Ist ein Ska? Nein, ist ein Snipe. Let's play. Zeig mal, zeig mal. Kann ich das blaue, kann ich die blaue Snipe? Ja, ne, und dann noch die gefeinigt. Den ist gefeinigt. Ja, dann du noch die gefeinigt, den du noch gefeinigt. Ja, dann du noch die gefeinigt. Ja, dann du noch die gefeinigt. Aber guck mal mein Leben an. Ja, dann heile dich und dann nimm dein Getränk. Ja, dann heile dich und dann nimm dein Getränk. Frei heile dich. Warte. Ja, klar schon. Wer bist du, Jatrox? Sag mal, wie du ein Echt heißt. Oder bist du ein Zuschauer, den ich nicht kenne in real life? Alles klar. Oh, wer hat die Tür auch gemacht? Ach nein, du hast ja nicht einfach gebaut. Hä? Nein. Hä? Das warst du, Junge. Achso. Ich dachte, du warst. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Da brauchst du mittlere Moni. Ich hab aber alles zeigen geblieben. Ui, lol. Ey, Zeit, ist dein Ernst? Hahaha. Ja, ich geb dir ein bisschen. Ja, ja, ich geb dir. Wie viel Munition hast du für die Skara? Zehn. Ui, lol. Jason. Achso, Jason ritt's hoch. Alles klar. Wie viel hast du? Zehn? Ich kann dir die leider nicht geben. Ja, okay, okay. Nein, nein. Das war viel zu viel. Das war viel zu viel. Jetzt hab ich gar keine Muni mehr. Ich hab dir alles gegeben, aus Versehen. Gib mir mindestens zehn, oder? Ja, gib mir zehn. Wie viel hast du jetzt? Okay, okay. Ja, nehm jemand irgendwie. Dankeschön. Ja, ich hab noch 30. Was ist? Hä? Du... Du hast auch 55. Ist die eigentlich episch oder lächelnd? Und ich hab 65. Und ich hab 65. Okay. Okay. Alles klar bei dem Lied. Komm, bleibt Schild. Okay. Lass wir noch ein bisschen kurz mit dem Lied. Mal. Bisschen. Über den Lied. Das war eigentlich mit dem Lied. Der war alles drin. Na, waren es Neib. Schilddrang. Ähm. Und Munition mit Medikament. Halt noch. Ne, äh. Ich hab die Sniper. Ja, ich hab die Sniper. Ich hab die Sniper. Ja, ich hab die Legendary. Ich hab die Legendary. Er hat die Legendary Sniper. Ich hab eine blaue Sniper von da genommen. Ich seh sie. Ich seh welche. Ja, ich kann die wegsnipern. Das sind... Ich hab einen ausgelockt. Hinter mir. Hinter mir, Pichi. Pichi, Pichi, Pichi. Pichi. Hilf mir, hilf mir bitte, Pichi, Pichi. Halt noch, Halt noch. Pichi, 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 Pichi. Halt noch, Halt noch. Gollum, Gollum, Gollum. Hat jemanden Medi-Pack? Ja, gib mir bitte eins. Ja, das wird auch noch ein Bandagut. Warte, geh dann schon mal raus. Kann ich die blaue Pfandgang, Peach? Gib mir die, Peach. Alter, was hört denn alle mal? Ja, gut, dann gib mir die Grüne wieder. Irgendjemand hat so einen grünen Panther. Ja, hier liegt sie, hier liegt sie. Ja, die ist eh liegen, ich habe einen Kopfschuss gerecht. Den hab ich genommen, den hab ich genommen. Habt ihr alle genug Moni? Ja, hier, nimm, nimm, nimm da. Das ist hier zu lieb, das ist hier wirklich zu lieb. Und ich hab jetzt gesagt, wenn man das zu lieb, nicht schlecht. Wir müssen, wir dürfen nicht zu voreilig gehen, ne? Ja, ich weiß, wir müssen hier mal aufpassen. Weil hier kann überall einfach... Ich darf ja nicht direkt looten. Warum freust du dich so beim Loot Drop? Ja, wenn ich mal looten habe. Das ist ein Loot Drop. Hier, vielleicht ist sie 300 Meter entfernt oder so? Ich seh ihn, ich seh ihn bei NE. Darf ich den nehmen? Darf ich den nehmen? Ja, der... Peachy, wenn da eine Ska drin ist, darf ich die nehmen? Ja, ich hab das mal. Oder Gollum besser gesagt? Weil du ja die Snapper, äh, die Dings hast. Oh, ich hab Schüsse. Sieh, 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 sieh. Sind da welche? Ja, das ist die Steinmauer, die Steinmauer da. Wenn die den Tötel, lass ihn holen. Steinmauer? Steinmauer! Ich hab ihn festgelegt, siehst du den? Jaja, ich sehe schon. Duft euch, duft euch! Er hat sein Genock-Kauke? Ja, Mann! Oh mein Gott, oh mein Gott! Peachy, 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 Peachy! Er ist tot, der ist tot, der ist tot. Nein, gib mir die, gib mir die, gib mir die. Ich nimm die... Hol Zeitung! Ja, Mann! Heilt euch, heilt euch! Halt mich, besser gesagt! Ich brauche unbedingt! Oh, sehr gut! Warte! Digga! Und jetzt habe ich einfach eine Skara, meine Lieblingswaffe! Die Sniper? Ich kann die Sniper nicht nehmen! Weil alles, was ich habe, das brauche ich! Digga, wir haben einfach alle eine Skara, alter! Oh mein Gott! Von unten oder oben? Von unten, unten! Ich sehe ihn! Koordinaten! Koordinaten! Er ist da, er ist da! Er ist da, er ist da! Hier, er sieht ja nichts! Ja! 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 Ja, einer! Nee, noch von hinten! Pass auf! Noch einer? Ja, einer mit noch! Digga, wir sind... Ey, wir können erster werden, Mann! Ja, warte! Ja! Alter, alle haben es da! Das hat sich noch nie, aber trotzdem alle haben es da! Ey, echt heftig, Mann! Ich mache eine Ausnahme! Ich mache eine Ausnahme! Sie dürfen jetzt nicht sterben! Siehst du den schon? Ja, der ist nicht mehr so ganz wichtig! Aber der ist nicht mehr so wichtig! Pass auf! Riskiere es nicht! Da gehen jetzt bestimmt alle Leute hin! Da gehen jetzt... Ich sehe einen, ich sehe einen schon! Sieh einen! Ich probiere ihn zu schneiden! Ja, ich sehe auch einen! Was? Was? Oh, Alter! Geh doch einfach unterm Baum! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das hier! Nein! 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 Oh, Mann! Ey, Digga! Vas kostet neben mir. Ich schaff der niemals! Ich schaff der niemal! Ich schaff der, ne? Schaff drei! Man kann wohl mein lactobersca! Ne, ist egal! Oh mein Gott! Ja, warte, wir sind aber echt Ch heiß! Da sind welche, Oh, das ist ein Team. Oh. Oh, shit, Digga. Ey, du kannst es schaffen. Ich habe ihn niedergesprägt. Du hast ihn niedergesprägt. Ich habe ihn niedergesprägt. Ich habe ihn niedergesprägt. Da ist noch einer. Oh, Gott. Nein. Mama. Was geht ab? Digga, was ist das, Digga? Was ist das? Wie habe ich ihn geholt, Mann? Nicht so. Ich habe ihn, keine Ahnung. Ich habe ihn von... Ich habe ihn von ganz hinten geschossen, Mann. Digga, das war echt der beste Kill ever, Mann. Ich meine, ich weiß auch. Ey, ich bin bereit, bitte. Papa, hier, spinne, spinne, spinne. Papa, komm, bitte. Aber darf ich spinnen, Papa? Darf ich spinnen? Mach nicht. Hier raus. Wir wollen... Komm, Papa, hier. Einfach mal das... Ja. Nein, es... Ja. 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 Wie geht's dich, das nicht? Oh, ich... Ach, du Einige, wenn ich mal GTA spiele, oder nicht? Welcome Palutin. Achso. es geht ich habe kein nein sein macht das es geht also vor richtig fetten aber verkleinig Ja, klar hab ich keine Angst, also nicht so weit gibt die Geschwille aus Australien oder so. Oder im nächsten Zimmer, oder? Hab ich gesagt, es ist schön? Ja, aber nicht töten. Hä? Mama, die ist so eine Krabbelbahn! Wo soll ich das wissen? Ihr habt doch 10 Stunden da geredet. Welche Richtung? Ja, die ist hier so gelaufen, wo ich mich weg hab. Nein! Eklig! Da ist ein Krabbel hier! Kein Bier, keine Ahnung, Mann! Ja, auch sei, sagt sie. Die 10 Stunden, um so zu kommen, damit die Spinnen raus springt, oder so? Ja, im Video ist ja schon, ja. Eklig! Nein, das war eine Spinnemann! Hier, genau hier, da ist sie lang gegangen. Nein! Das ist eckig, Mann! Hast du auch einen Youtube-Account? Ja, nein! Such doch! Woher wohnt ihr eigentlich? Ich wollte mal so fragen. Hallo? Ähm, Schleswig-Kolstein. Ach so, Leute, ihr wohnt in Bayern? What the fuck? Wir sind ganz oben im Norden, ihr seid ganz unten im Süden, Alter! Von hier brauchen wir neun Stunden bis zu euch. Neun! In Bayern? In Bayern? Oder wohnt ihr in München oder so? Ähm, ey, wart ihr schon mal im Bodensee baden? Nein! Einer wohnt auch, kennt ihr vielleicht Nico? Also einer, der Nico hat? Das nicht. Weil der wohnt auch in Bayern, der war auch mal, oder ist vielleicht sogar noch Max sein Freund war. Ich weiß nicht, wie es war. Auf der PC heißt er auch Nico. Was auf? Was auf? Zwei? Warte, guck mal! Guck mal auf die Karte hier! Was ist die? Mama, Mama! Ey, ich hasse euch! Ich guck dir das! Weil ich nicht über die 10 Stunden... Oh, guck, guck, guck! Ah, schnell, schnell, schnell! Komm, damit ich sie sehen kann! Jetzt hab ich keine Ahnung, wo die ist! Alter! Ist das cool wieder da? Ja! Papa, das kannst du nicht da leiser machen! Oh, das... Ey! Bist du unschlau, weißt du was? Ja, warte! Ja, warte! Mein... Mein... Fernseher... Mein Fernseher wird gerade getauscht! Hä? Ähm... Warte! Seid ihr? Seid ihr? Du musst aber beim Racer eingeben! Nein! Ich heiße nicht AbmkTV! Ich hab einen neuen Kanal! Hä? Schon wieder? Seid ihr? Seid ihr? Nein! Ich bin gerade im Stream! Was ist los? Mein Fernseher... Leute, mein Fernseher wird gerade getauscht, nur zur Info! Was ist? Ja, aber... Kann ich spielen vielleicht auch mal rein? Das dauert doch nicht lange! Ja, dann mach euch irgendwie zu! Das ist, glaub ich, hier hinten! Ey, Junge ey! Woher kennt ihr eigentlich Max? Alter, du findet ihr hier? Ja, woher kennt ihr euch? Ist hier, oder? Warum machst du Fernseher aus? Ich mach gerade einen Stream! Ich muss... Dabei hab ich dir eben gesagt... Nein! Wenn jetzt meine Playstation einfach raus geht, dann... Äh... Aus geht, dann komm ich wieder rein, ne? Das ist keine Sorge! Ach so! Und woher kennt ihr uns? Heide, Leon und Ruth? Ach so, abdem ihr zusammenspielt... Habt ihr Arkt? Nicht! Ey, aber wie kannst du denn Fortnite spielen? Ach so! Und jetzt... Ey, habt ihr verstanden? Ja, es gibt hier... Es gibt so welche Kürbis-Barbaren jetzt. Die sind eins von Level 7. Und wenn die sterben, dann ist da eine richtige Barbar noch unter. Und hier hab ich jetzt... Wo ist sie hin? Papa! Hast du nicht? Geht doch nicht, Junge! Ich hab keinen Fernseher gerade, ne? Wisst ihr? Nur meine Playstation ist an! Mein Fernseher ist weg! Aber ich schwöre, wenn irgendeine Spille auf meinen Rücken oder so geht, ne? Was? Du Spinn! Die ist weg! Die ist weg! Warum hab ich die denn gerade hier gesehen? Die ist weggelaufen! Ja, wohin soll sie denn gelaufen sein? Oh, lol! Diese Barbaren machen alle fertig! Ja... Ich kann gerade nichts sehen und Leute, also... Ja, ich höre nicht, aber alle hören nicht! Also hören tut ihr mich, Gott sei Dank! Ich hoffe, mein Stream hört man mich auch! Vielleicht sieht man nichts, aber man hört! Mein Fernseher wird gerade drauf gesetzt! Der ist groß! Achso! Immer die ganzen Käfeln runter! Hm? Immer die Käfeln runter! Hm? Immer die Käfeln runter! Ja! 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 Da wird... Oh! Shit! Mach jetzt den Fernseher an! Mach schnell Baba! Ich bin im Video! Verschiss mich! Hä? Was aus? Acht Uhr! Der Training... Der Training... Der Training... Er kommt uns ja um 20 Uhr wieder online! Acht Uhr! Weil sie sich nicht... Wir schwimmen weiter in einer Anfahrt! Ja, sei... Ich kriege auf meinen Fernseher! Mein Fernseher ist gleich fertig! Warte mal! Wer ist da denn? Ist da jemand drin in der Party? Oder mit wem redet ihr? Warum höre ich ihn nicht? Hallo? Baba, mach schneller, bitte! Ja! 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 Ich muss den Saubern wachsen! Ich steh mal hoch! Ich steh mal hoch! Ich steh mal hoch! Ich steh mal hoch! Ich weiß doch wo die reinkommen! Ja! Nein! Du musst erst mal gucken welche welche ist! Hä? Das ist doch egal oder nicht? Weil das ist doch die gleiche! Hier! Ich muss den Saubern damit nachher... Funktioniert und nicht vollgestaubt ist! Ja! 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 Eine Karte Karte. Und dann steht da so ein SIDETV! Oh! Warte! Wo kommt der rein! Wo war das?! Das ist doch gar nicht von der Playstation. Das ist von der Playstation. Mach den mal da rein. Ist drinne. Ich muss wohl jetzt meinen Zuschauer denken, was macht der da? Jo, wo kommt der da? Wir? Ich bin eben 5er geworden. Wenn du den Fernsehen immer an und ausmachst, wenn du den kaputt machst. Den mach ich doch nicht kaputt. Baba, der andere war wegen Altersschwäche. Ja, der ist noch älter hier. Aber der funktioniert besser und hat eine bessere Marke. So nicht. Nächste Schuss. Ja. Der kommt nach oben, glaube ich. Was ist denn hier? Oh, ich kann schon Fernseher anmachen. Okay Leute, Fernseher ist an. Jetzt muss ich nur noch auf Playstation wechseln. Oh, ist das groß. Ja! Oh mein Gott! Leute, ihr wisst nicht, wie groß das ist. Oh mein Gott! Also Zei, ich like dein Video. Aber warum ist... Guck mal die Farbe an. Siehst du das? Die Farbe? Das ist doch gut. Warum so dunkel? Weil du dir das so eingestellt hast. Nein, hab ich nicht so eingestellt. Du musst mal bereich sagen. Der kleine Fernseher war zu hell und der ist jetzt zu dunkel. Ja, die Farbe kann man reich spielen. Ja, wie geht das? Okay, ich drück Dreieck. Ihr müsst auch Dreieck drücken. Oh nein, Janik, geh raus! Junge, Janik, Digga! Geh raus, Janik! Ich hab dich aboniert! Ey! Nur zu ihm vor, er war in meiner alten Klasse. Ja, okay. Hast du gesagt? Leute, die gerade mein Stream sind, ich hab einen neuen Fernseher zu ihm vor. Ey, Elsa, ich hab dein Video geliked. Hä? Dankeschön, Dankeschön. Ja. Warte, ich hab dich auch schon abonniert. Schreib mal Sai, S-A-E-Z-E-L-O-N. Leertaste, also eine Pause. Ja. K. Warte, Sai, Leertaste, ja. K. Ja. A. Ja. 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 A. Warte, was? Geht los, Jungs! R. Und dann A. Kara. 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 Karabel. G. Ja. G. Hast du G? Den willst du nicht mehr hin und hier schieben, ne? Ja. Ö. Der zieht sich schwer, der fällt uns unter. Ja. Und dann L. Oh, gute Familie. Das war's. Und dann drückst du auf eingeben und da steht da irgendwo Sai TV und das bin ich. Sai TV? Sai. 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 Ja? Bin ich in der Türkenarme? Ich hab dich abonniert. Ja, bist du. Geil! Was ist? Wir wollen raus. Ja? Jetzt mal da hin, ihr kleinen Babys. Ich hab markiert. Nein, aber wir müssen noch gucken, von wo wir kommen. Ah, Mann! Wenn das... Wir kommen von da? Da, 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 da ist Gutsquantik. Ja, hier Gefängnis. Gefängnis ist Gutsquantik. Alter, ist das groß. Leute, der, der Fernseher ist richtig groß. So? Ey, 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 ey. Ist das gut so? Ja, genau, genau, genau. Aus Versehen. Aber ich komm schon zum Gefängnis. Drück die ganze Zeit Spam X, Spam X. Wir werden nur noch mit deinen Dreckchen Händen das so ansetzen, ne? Aber wenn ich da, geht sie auch. Oh, ich seh schon mal richtig viele. Eins. Eins. Ey, Mama, was ist das für ein Fernseher? Was ist das für ein Motorrad? Wie hast du so viel Geld? Ey, ey. Ich hab drei Leute gesehen. Ulitsi, später zeig ich dir, wie der Fernseher aussieht. Ich hab Kiste. Ich hab Kiste. Ich hab Kiste. Ich hab Kiste. Oh, ich hab das gemacht. Oh, ich hab das gemacht. Ich hab das gemacht. Oh, ja. Ich hab das gemacht. Ja, Mann. Das kann ich. Das kann ich. Das kann ich. Der Fernseher? ist irgendwie zwei Meter hoch und fünf Meter breit und gebogen. Zwei Meter hoch? Oh! Ja. Du wirst ja sehen, Peachy, hörst du. Ich hab da noch... Ey, Sai, guck mal! Sai, guck mal, wo ich in der Hand hab. Alter, erschreck mich nicht, Mann. Ey, hast du zwei davon? Hast du zwei davon? Nein, leider nicht. Guck. Nicht klauen, ne? Oh. Hast du noch eine andere Waffe? Er hat eine Skala. Nein, leider nicht. Gold. 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 Hast du noch eine andere Waffe für mich? Nein. Nein. Ich sterbe mich, weil ich hab gar keine andere Waffe, weißt du? Du bist auch in der Türken-Army. Ey, Bibi, komm zu mir. Alter. Nein! Nicht sterben, nicht sterben. Okay, ich kann ihn holen. Ja, einer ist hinterm Bus. Oh! Einer ist hinterm Bus. Pass auf, einer ist hinterm Bus. Pass auf, Zeit! Auf und auf! Ah! Beide ausgenockt, beide ausgenockt! Ja, aber das war Zeit, da war Zeit. Pass auf! Ja, hinter dir! Nein! Ja, ausgenockt! Warte mal, noch einer, noch einer, noch einer! Hast du die Zeit? Ja! Warum Zeit? Ja! Da kommt noch ein Fein! Da ist ein Fein! Fein! Ja! Digga, ist alles zu frei! Hallo, kannst du mich halten? Ich helde dich! Ich bin doch dein Kumpel! Ja, ich pass auf! Ich pass auf! Ja, ich zeig! Ich helde dich wie der Kumpel! Ich pass auf! Digga, Pichi, Digga, wenn du bei mir Playstation spielst, Pichi, du kannst bei mir einen Film gucken, Alter, das fühlt sich an wie im Kino, Alter! Gönnt euch die Waffen! Gönnt euch die Waffen! Gönnt euch die Waffen! Zeig mir bitte Schwenke! Hä, ich habe das Medikit nicht! Ich habe auch nicht! Ach so, sorry, sorry, ich wusste es nicht! Wo ist der Granatenwerfer? Du gibst mir den Granatenwerfer! Du gibst mir den Granatenwerfer! Ich habe den Granatenwerfer! Ey Leute, wir müssen in die Zone, lass in die Zone! Gib mir den Granatenwerfer! Ganz ruhig, ganz ruhig! Gib, gib! Ruhig! Jetzt, jetzt! Ruhig, ruhig, ruhig! Gib, gib! Ruhig spielen! Nicht aufregen! Ruhig! Warum ist da keine Munition drauf? Hä? 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 Erklär mir das! Erklär mir das! Erklär mir das! Erklär mir das! Kommt jetzt nochmal! Alles getchillt! Alles getchillt! Alles getchillt! Es ist Wochenende! Morgen ist kein Schüler! Wir können lange zocken! Alles getchillt! Ja, ja, ja! Wo bist du? Hinter dir! Sei hinter dir! Ja, ja! Gib, gib, gib! Muni Pack! Wo? Raketenmoni! Ich hab zwei! Ich hab zwei! Nice one! Hinter euch, Leute! Hinter euch! Hinter euch sind welche! Das sind welche! Das sind welche! N, 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 N! N, N, N! Wo? Da ganz weit hinten beim Baum! Äh, Haus! Oder Haus! Ich weiß nicht! Haus! Haus! Dings! Was machst du denn? Moment! Komm! Wir müssen in die Zone, Leute! Zone, komm! Ja, ich hab! Hier! Ich geb dir! Ich geb dir! Ich geb dir! Nicht, nicht so unfair spielen! Du musst taktisch spielen! Guck mir zu, Baring! Ich hab den größten Fernseher von euch allen! Ha! 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 Pff! 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 Ey, hast du die Granate gesehen? Äh, die Raketenwerfer? Da ist's in der Küste oben! Pff! Hast du was gesehen? Ja! Nein! Ich rede mit Yannik! Ja, hab ich! Hast du den gesehen?! Ist hier einer? Ne, ist es super! Mit die Kühe! wartet nicht aufmachen nicht aufmachen nicht aufmachen warum warte ist medikits nein ich brauche das nicht durch nein jetzt bin ich voll digga was geht mit den trucks nicht so die wohnungen das sind dieses haus ich sehe ich sehe ich sehe ein ein zwei stück End, zwei Stück. Seht ihr die? Digga! Ich mach das nicht, Junge! Ich bin der Schling. Ich bin der Schling. Nein, nicht. Meine Fris, ich tue gleich jeden von euch. Hä? Was tust du? Nein, Junge, das machen wir nicht. Er ist mein Teampartner. Nein, nein! Junge, wenn du ihn tötest, dann töte ich dich. Er ist einer von meiner Türken-Armee. Ey! Julietten! Bleib mal stehen, Junge! Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Einer ist ausgenommen. Hast du ihn ausgenommen? Ja, hab ich. Nein! Alter Scheiße, bin ich! Bin ich! Zeit! Hör doch auf, du Schatz! Das soll ich machen. Bitte, hör auf! Bitte! Bitte! Mann, Zeit! Hör doch auf! Ich weiß nicht, ich werde dich. Er will mich merken! Hab ihn gekickt, hab ihn gekickt, hab ihn gekickt, hab ihn gekickt, hab ihn gekickt! Hab ihn gekickt! Er hat eine epische Sniper. Lass du, der im Laden, der ist im Laden, der andere. Im Laden drin ist? Er ist rechts um die Ecke, er ist in der Kasse, er ist bei der Kasse, er ist dahin verbaut gemacht. Nein, ich hab ihn schon. Aber das ist Munition für mich, aber... Ja, okay. Lass deinen doch wieder zahlen. Nein. Aber ich kann dir den Granatenwerfer geben, wenn du willst. Aber du musst noch... Ich glaub, da liegt Munition für den Granatenwerfer, noch mehr. Da liegt noch mehr Munition, glaub ich. Liegt da noch mehr? Ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung. Hier liegt noch, hier liegt noch, hier liegt noch. Hier liegt noch, hier liegt noch. Hier liegt aber noch mehr Munition. Sei, sei, wie du dich rumgebracht hast, Mom. Hier liegt, hier liegt. Ich hab ne epische Sniper. Junge, manchmal für ne Waffe muss man einfach seinen Teammate töten. Warum meldet er mich dafür? Wie geht das, man? Hä? Ich hab, ich brauch, ich hab selber ne Sniper. Ne epische sogar. Gib ihm Header. Nein, ich geb dir die Hälfte. Ich geb dir die Hälfte. Ey, sei, gib ihm Header. Was? Header? Nein, Mann. Nein, Mann. Das Umfeld. Nein, ich geb dir keinen Header. Nein, Junge. Guck hinter dir, hinter dir, hinter dir. Nein, nein, nicht rennen. Rennt nicht, Junge. Ey, sei. Ja, 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 ja. Oh, Zeise, ja, ja. Ich war das nicht. Nein. Hau zu beschwerden, ich melde dich gleich. Okay. Ich hab doch gar nichts gemacht. Wie das ausspricht, Alter. Ja, er kommt aus Bayern, lass ihn. Ach so, dann sorry. Ich hab verstanden, Minus, save me. Nein, nein. Bleib hinten, bleib hinten. Ich hoffe, ich steck dir deine Border, weil du deine Kiebeste kürtet hast. Oh, ey. Bitte nicht. Scheiß drauf. Nein. Glaubt ihr, ich schaff das noch? Oh, das wird super knapp. Das wird aber so knapp, ne? Ich weiß, wenn ich das schon schaff, dann wird's, oh mein Gott. Oh mein, ich schaff das noch. Ha! Elichi, ha! Nein. Es wird allgemein geschossen, aber nicht auf mich. Hast du mich noch verstanden? Nein, Digga. Ja, aber ich hab richtig wenig Leben. Ja, das war, das war aus Versehen, Mann. Er ist abgerutscht. Ja, eben, genau. Ja, egal. Ich hab, ich hab einfach 999 Holz. Ja, egal. Also, fast. Nein, du laufst niemanden, nein. Ey, Seile, lauf mal noch in die Zone für ein paar Sekunden. Warum? Ist mich... Kaka, egal. Lauf! Lauf! Wer denn, Alex? Ich hab den schon gekickt, der kann nicht reinkommen. Digga, gibt's hier keine Verbänder? Ich hab noch Scheiß. Nein, er ist schneller als die Border. Er ist schneller als die Border. Digga, nein, ich werd's nicht mehr schaffen. Oh mein Gott, nein, ich werd das nicht schaffen. Du bist schneller als die Border. Nein, ich bin nicht schneller als. Ja, aber da liegt keine Verbänder. Du bist schneller als die Border, Alter, glaub mir das. Ja, mach dir mal. Ja, mach dir mal. Ja, mach dir mal. Welche, welche Links-Koordinaten? Ja, da, siehst du. Ich hängst die Kroden. Du streik her. Ja. Oh mein Gott, die Zone kommt. Geh doch. Ja, das ist er. Nein, nicht da. Oh Gott. Von dem Barsch, wo du indem schnell rauskommst. Ich darf nicht auf den! Da, das! Ich kann haast ihn, geradeauschwerfen. Ich fick ihn. Mit 18 Leben. Wo ist er? Er ist in der Baum, Craig. Safe in der Baum. Ich kann nicht. Guck doch mal, ich bin nicht gesehen. Nein. Da. Nein. Oh mein Gott, ich sag's so gut. Ich hab schon gesehen. Ich hab schon gesehen am Ende. Ey. Was geht ab? Ich hab ihn gekickt. Warum? Weil er meine Religion immer beleidigt. Oh mein Gott. Junge, ist doch so. Hey Junge, das ist so, als würde ich jetzt sagen, oh scheiß Christen. Ja, mir stört das nicht. Warum stört dich das nicht, Alter? Er sagt doch die ganze Zeit aber auch bei uns so. Das nervt richtig. Ich sag's, er soll aufhören, er macht es trotzdem. Ja. Mein Fernseher ist so groß, Digga. Wenn ich auf das Hauptmenü drücke, dieser, äh, mein Profilbild ist größer, als auf meinem kleinen Fernseher die Spiele waren. Von, äh, auf dem Hauptmenü. Könnt ihr jetzt mal drei drücken? Ja, ich hab schon. Digga, äh, Juliata hat mich beleidigt. Warum juckt dich das nicht, wenn man deine Religion beleidigt? Ich weiß tief ausdrücken. Hallo? Tschüss! Hallo! Weil ich offen muss. Dann geht er. Will. was ist nein ich gebe zwölf uhr doch 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 wir gehen tomato town wie geht sie der port oder wie man das nennt okay hier sind auch andere leute aber scheint hier auf dem haus ist eine waffe kann ich die nehmen welche andere ja ich bin ich habe auch eine waffe ist du welcher container dritten zweiten mit der mitte ja okay ich bin bei dir ich gehe in den rechten jetzt ich komme schon auf mich wird geschossen wenn er schott kommt was hast du das ach so du warst das junge warum sagst du nicht gescheit sind zu zweit ja das sind die genau die sind das jetzt haben wir die grad auch nicht verschwendet ja machen Wie kann ein Bein einschlafen? Mein Bein ist noch nie eingeschlafen. Was ist das? Hä? Ich muss mir das mal... Hä? Wie geht das? Blauer, 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 blauer. Hä, haben die alle verschiedene Farben? Haben die alle verschiedenen Farben? Warum blauer Container nicht der? Ja, gut. Oh, blau. Welcher jetzt? Blau! Der blaue! Du hast gesagt rot-blau! Nein! Ich hab gesagt, das ist der Rute. Nehm dir! Oh mein Gott, nimm die Waffe von denen, die epische. Und nimm die Sniper. Wie, du kannst mit ner Sniper nicht umgehen? Ja, ich kann mit Fleisch umgehen. Ja, du musst nicht mehr annehmen. Doch. Ne, ich noch. Ja, ne, ich leid die Not Kas sind... Das ist NeWestern! Ich gebe noch immer eine Bank Ich gebe noch einmal eine Baute. Ja, ich gebe noch einmal eine Bautefälle. Ich gebe noch einmal eine Bautefälle. Der ist aber tot. Komm, bitte sag Nein, aber sein Teammate war auf der Bahn. Komm, bitte sag Nein. Habe ich. Mhm. Hab ich. Hab ich. Doch, bei mir habt ihr nicht. Jetzt. Ich hab schon die ganze Zeit drei gedrückt. Guck, ich drück gar nichts jetzt gerade. Ich drück gar nichts. Ich drück gar nichts. Jetzt, jetzt. Ja. Ihr seid bei mir immer noch nicht bereit. Doch jetzt, 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 jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Leute, natürlich, ich hab sie geprankt. Hahaha, Spaß. ja was ist elecznie schmuts 무슨 decision party 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 mus된 schmutsch muito NME boxen, NME boxen macht das youtube aus, macht dieses youtube aus warte ich lade, ich lade jetzt nico ein ich lade jetzt nico ein was geil, was geil, ich hasse ihn, ich werde ihn beleidigen wenn er reinkommt du weißt schon, dass er felix mutter beleidigt hat, alles beleidigt hat, mich beleidigt hat, unsere freundschaft zerstört hat und alles beleidigt, Lukas Freund bin ich auch nicht mehr, er hat auch alles kaputt gemacht ich rede nie wieder mit dem, wenn er jetzt reinkommt, ich beleidige ihn so kann ich dir sagen und mit Lukas? Hä? Lukas ist noch schlimmer, Lukas ist noch schlimmer als er oh meinst zai, kommst du holen nein, ich werde ihn safe beleidigen hast du nicht gehört, was er Max geschickt hat? ja, ich weiß, ich habe es gehört, aber ich kenne ihn sicher ja, er kann ja erstmal fragen, ob sie sich kennen, aber danach werde ich ihn beleidigen nein, ich werde ihn beleidigen, mehr als kicken oh, sei, sei, sei ich werde ihn sogar richtig geben, Alter, wird er sein aber er wird eh nicht reinkommen, weil er denkt weil er sich nicht traut, weil er denkt, oh, der will mich beleidigen weil er einfach nur ein Baby ist ja, ich habe dich ich hasse dich ich habe dich ich hab dich ne, 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 ich meine, er ist, ist seine erste Antwort er kommt rein, ich hasse dich Ich hab dich komm bitte, sagt ¡Nein! jetzt ist das nicht so warte, warte, ist das bitte, bitte oh mein Gott, sei, ich bin so ein Idiot Ihr liegt ja, wenn du mich abschießt, wehe, ne? Ich hab nicht, ich hab nicht gekrochen. Hinter dir, hinter dir! Komm hier, komm hier in den Baum, komm hier hinter den Baum. Mach ihn, 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 mach ihn. Wirst du verstecken? Töte ihn, töte ihn! Die töten mich, die töten mich. Die töten mich. Oh, feist. Ernsthaft, dann stöte mich nicht. Ich bin mir nühen. Ich stöte mir nühen. Ich meine, ich stöte mir nühen. Wieso? Immer wenn du dich schlägst. Okay, mein Bruder, das fühlt sich gut ist. Junge, sag dein Bruder, er soll aufhören oder wir kicken dich. Ja, ich weiß. Einmal nicht. Doch. Ey, Badewanne, Badewanne ist halt. Hier ist aber jemand. Ja, ich muss tanzen, weh, jemand stört mich. Seid. Wenn ihr mich jemals... Gestör mich nicht! Scheiße, Alter, stört mich nicht beim Tanzen, ey. Seid. Seid. Er ist nur so mit wie im Ziel. Was macht ihr? Ja, genau. Ähm. Warte, ich guck mir das jetzt noch einmal auf YouTube an. Was? Da hat man ein Video gerade getanzt. Aber glaubst du, das ist noch da, also... Wer wird sie das sehen? Ist doch ein Livestream. Ja, ich weiß, ich kann ja auch jetzt verbraten können zu mir. Uh, warte. Jetzt erschießt du mich, Leute. Jetzt hat sie die Leute schossen. Warte. Jetzt komm ich, wollte ich ja schießen. Aber ich hatte es gebrochen. Was machen die hier? Oh, die kamen wir. Da kommen jetzt die anderen. Warte, ja, sein muss doch. Warte, ich... Darf ich den Bruder anladen? Ja, muss ich vertreiben. Nein, darf ich den Bruder anladen? Nein. Warum? Weil ich... Oh, jemand guckt meinen Stream. Wer guckt meinen Stream? Den kennst du nicht mal. Ja, trotzdem. Darf ich den Bruder anladen? Nein. Erst recht ihn nicht. Ja, ich kann die Bruder anladen. Darf ich den Bruder anladen? Erst recht ihn nicht. Er hat sich halt so genannt. Ja, dann, ich lade ihn sein. Dann kann jemand bereit sein. Hab ich doch, Junge. Weil ihr seid... Habt ihr nicht bereit? Jetzt. Ja, das schaffst du niemals, weil um ein Level drüber zu kommen, musst du zwei Stunden suchten. Die ganze Zeit hintereinander nur Fortnite, Fortnite, Fortnite und immer gewinnen. Ja, 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 jetzt schiebt er es auf andere. Ja, 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 werd nicht frech hier, ich kann nicht kicken. Ich komm nicht zu den Hosen, ich komm nicht zu den Hosen, Mundzu hab ich genommen, Mundzu. Ich wirk gleich Schuh in deinem Gesicht, Alter, Mundzu. Und mein Arschloch sagt Haar. doch er muss verstehen er muss wissen ich weiß nicht mehr ich komme doch zu dir noch und ich gebe die Schuhe und dein Gesicht alle heiße Fritte ja aber er weiß mal wo wir und dann wir geben beide auf die Schuhe und ja wir sind best friends forever mit Max doch doch zeile Springs Zeile Springs Hä vens Zeile Springs Zeile Springs Zeile Springs Welcher Berg Welcher Berg bei den Julien bei dem Julien er kommt mit dem Leiter ich bin bei der Unstattung wir haben es geht Ich mach grad Stream, Papa, deswegen. Der geht schon eine Stunde. Ey, gib mir, gib mir, du gehst mir, du gehst mir. Gib mir, gib mir. Da, gib, 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 gib. Ich hab nichts. Ach so, gib, gib. Gib jetzt, gib jetzt. Hade, Hade. Ey, behalte einfach deine Sachen, ich mach dich auch auf, Kaiser. Ne, dann schieß ich ihn ab. Nein, der tötet mich. Nein, 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 nein. Ey, ich sag dich mal auf! Du hilfst mich jetzt wieder auf. Scheiße. Ja, okay. Warte, ich gib dir einen Heilungskrank, ich gib dir einen Heilungskrank. Warum? Zerstörung! 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 Zerstörung meines Lebens! Zerstörung meines Lebens, Alter. Zerstörung meines Lebens! Oha, weißt du das? ja okay dann denkt das steht wenn du mich gemeldet hast wenn wir gleich sehen ja ich ich krieg ihm gleich eine respektschelle also respekt wie alt ist dein bruder sagt wie alt ist er wie alt ist er zehn dann soll er respekt haben von mir weil ich bin älter ich bin fast zwölf und du musst auch spekt haben von mir sonst fühle ich dich wir leben in deutschland du brauchst kein englisch reden jetzt töte dich ich zähle bis drei tötete ich dich ja nein wenn ich geht ihr habt dann werde ich dich es war treten halt die fresse halt die fresse es gibt einen grund warum ich dich töte weil du mich nicht magst aber jetzt spielen wir fortleid fortleid bleib weich kreik 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 robić was ist die tüte dich mal spielt ohne uns sogar wir warten auf dich das ist langweilig manch machen stream durch den halben stunde zugucken oder was äh ja oh shit er hat ne epische er hat ne epische punk wer ich warum ich bin gerade in einem match drin wer ich warum bin ich abo geil was hast du gesagt du wirst noch sehen das wird folgen haben das wird noch nein nein das hat noch mit party zu tun das wird noch wir beide werden noch konsequenzen haben ich bin in einer runde also darfst du nicht nein darfst du nicht sonst krieg ich dich aus der party ja man tschüss hast du kein gta wer wer der ich der ich 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 Junge töte dich jetzt Eliche oder wir gehen aus der party äh Junge das ist ja auch für ein Erfretner alter bitte bitte mit Soße spring aus dem Fenster spring aus dem Fenster das hat mir wieviel Schaden gemacht was was mach nochmal also bist du bist du tot kann ich mit na 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 warum machst du mich warum kannst du mir sagen warum du mich gemeldet hast warum steht das dann da bei mir steht Golo HD 1222 hat dich gemeldet ja 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 wenn er mich einmal meldet ne ich will aber nicht dass er mich meldet wenn er mich meldet ne ich spiel nie wieder mit euch ja aber dein Bruder dein Zwillingsbruder meldet mich sagt er doch die ganze Zeit ich werde dich melden guck ich werde es ja sehen wenn ihr mich meldet aber ich werde es ja sehen wann dein Bruder dich meldet er mich meldet. Ja, aber wenn er macht, spielt und du zuguckst. Tut mir leid, ich muss nicht kicken. Er weiß meinen Namen, er kann mich einfach mit seinem Account melden, er kann alles mit mir machen. Ich muss dich leider kicken. Tschüss. 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 Er kann aber mit seinem Account. Was würdest du mir beweisen? Ja, aber er wird mich melden, ich weiß es doch. Wenn er mich meldet, dann kicke ich dich für immer und dann werden wir keine Freunde mehr sein. Ich kicke dich jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. 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 Tut mir leid. Ich kann das nicht machen. Schauen. Der Bruder will mich melden. Wenn er mich melde, kann man das keinen Fortnite mehr. spiel ich spielen kann deswegen bei bis nächstes mal oder ich stumme dich einfach und ich stumme dich auch bis später habe ich gestimmt leute ist nur ein kleiner prank sagt man ehrlich ist so ein prank natürlich dass mein bro brauer for life ihr wisst bescheid aber ja da muss man pranken ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gleich, gleich, warte. Bruder, sag mal ehrlich, Bruder, sag mal ehrlich, wer wird kein Blick im Bein? Wazel schreibt die Hurt, besser als 50 Cent. Bruder, sag mal ehrlich, wer wird kein Blick im Bein? Wazel schreibt die Hurt, besser als 50 Cent. Ich will gern verschärft, ganz so traf, so ein kleiner Part. Mies, taus und mies. Okay, spielen wir jetzt Fortnite? Okay, schlaf dich ein. Ich hab dich eingeladen. Ich hab dich voll gespannt, außersehen. Ich hab dich voll gespannt. 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 Ich hab dich voll gespannt, komm ja. Was? Rastet dein Bruder? Er hat diese App, weil jetzt kriegt er die ganze Klappe. Und dann stimmt er nicht, weil er dann blockiert er nicht. Achso. Okay. Achso, hat er diese Playstation App? Ja. Ich hab die auch. Wir springen direkt runter, bei Gacy Groove. Ja, nein. Doch, das war gut. Nein. Was, nein? Ich rede grad wieder mit. Achso. Du hast deinen Bruder weg. Smig. Nein. Ist mir shit egal. Isaac ist mir shit egal. Warum? Ja, ich muss ihn selber fangen, wenn er die nicht sohn. Ja, dann sag ich was, das stimmt. Ey, du sollst ja mal gucken, ich soll mal sehen, jetzt zu reden. Nein. Nö. Jetzt hab ich schon zum dritten Mal gesagt, warum. Ich weiß auch nicht, warum er das macht. Sei Bürgerlarm. Ne, Bürgerlarm. Oder hier rein. Ich hab nur Waffe. Ich hab nur Waffe. Ich hab nur Waffe. Ich hab nur Waffe. Wer hättest du? Habe ich ihn entstummt? Ich stumm ihn wieder. Ja. Hier sind dritte Stolz. Schau. Was? Was hab ich dir getan? Nur mein Bruder hat dir was getan. Oh, Junge, schiebt doch nicht. Das ist ein guter Sturm. Seid nicht, dass du dir bist. Ist gut. Der ist ein bisschen dicht, ne? Bist du weiter weg? Nein, das ist richtig gut. So. Jetzt, geh, geh, nein Baba, du lass das auf! Hör auf, Mann, ich schaff dir auf! Uff! Ja, jetzt hab ich dich scheiße aus, Mann! Ne, ne, nein, nein! Bist du blind werden? Bist du blind werden? Bist du blind werden? Ne, blind werden. Deine Augen? Ja. Waschen, blöde! Ja, was ist los, Elichi? Nein, ich muss gerade was mit meinem Vater klären. So, ich hab hier ein blaues Ende. Ja, wo bist du? Ja, im Bürgerladen. Bürgerladen, Bürgershop, Bürgershop. Ey, er sagt, er sagt gerade, weil er meint, er hat mitgemacht, dass sie mir sein Bruder. Was, was? Sag nochmal, ich hab nichts verstanden. Also, im, äh, die er sagt, er hat nichts gemacht, dass sie mir sein Bruder. Sag ihn! Das, äh, sagt, er soll jetzt den Screenshot, Screenshot genau jetzt löschen. Ähm, die soll den Screenshot jetzt genau löschen, also, Spectator. Ja, er hat schon, hat er schon. Glaub ich ihm nicht. Zeissack glaubt er dir nicht. Ja, er soll dir den Screenshot schicken? Nein, ich werd ihm das auch mit Screenshot nicht klären. Weil dann... Ja, er, 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 er sagt, er glaubt das nicht. Nein, er glaubt das trotzdem nicht, hat er gesagt. Ja, er weiß ja auch nicht. Zeissack, komm. Alles Gute ist in der Zone. Ja? Sogar... Ja, nein. In der Zone. Hat er wieder was gesagt? Nein, hier ist glaub ich eben keiner rausgegangen. Zeissack, das war wirklich so gut her zu gehen. Zeissack. Was? Das war wirklich so gut her zu gehen. Ich weiß. Allgemein. Ich muss Gazy Groove hören und dann weiß ich schon, da ist niemand und es ist eine gute Stadt. Doch. Schäfer, wir werden in echt so ein Gazy Groove. Ja, er sagt wieder ab, dass du jetzt... Ja. Tu ich nicht. Solange er sich nicht entschuldigt. Ja. So lange er sich nicht entschuldigt. Solange er sich nicht entschuldigt. Ich will, dass er mir ein 20 Sätze von Entschuldigung schreibt bei PS4. 20 Sätze. 20 Sätze Entschuldigung? Ja. Ist das dein Ernst? Ja, ich mein das Ernst. Es läuft in 20 Sätze. Ich hab keine Ahnung auf PS4. 20 Sätze zu entschuldigen. Aber ich hätte... Also 20 mal Entschuldigung. Sonst werdet ihr nicht entschuldigen. 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 Mehin hat nichts mehr eine Kauers usted was aber nicht entschuldigt. Dann Warnerl... Auf mich wird schossen. Okay, komm, ich komme. Komm. In wo? Hä? In meinem Haus vom Fenster. Komm, irgendwo hier sind welche. In der Stadt sind wir, ich glaube, wir sind gar nicht alleine. Komm, lass. Komm, lass. Okay. Ja, ich schick dir das jetzt. Zeit. Ja. In das nächste Haus? In das nächste Haus? Ja, hier ist es jetzt aber. Nichts so Gutes. Malawi. 20 Mal, Entschuldigung. Zeit. Nein, das ist wirklich nicht. Ja, E-M-D. E-M-D. Alter, kann ich das noch nicht mal schreiben? E-S-C-H. U. Ja. Das war eine Kisse. Oh mein Gott, ich habe nie grüne Waffe. Oh mein Gott. Ich habe keine einzige, blaue, wie auch so die ganze Kisse bekommen. Keine einzige. Ich habe gar, ich habe auch, ich habe gar keine einzige gewöhnliche Waffe. Ich habe die zwei andere Kisse noch. Oh mein Gott. Guck mal, weißt du, wie viel Money ich habe? Ich habe auch richtig viel Money. Ach, ich bin wieder geschossen. Ähm... Wie bitte, was soll ich sagen? Hallo? Der Vater, was soll ich sagen? Was? Nein! Ihr habt gar keinen Schutz. Warte. Hier ist noch eine Kisse. Ich weiß, wo, ich weiß wo. Ich auch. Hier, hier, nein! das war unschlau hat sie oh mein gott jesus gottes oh mein gott hat mir das gar nicht von beiden aber siehst du das aber aber guck mal jetzt guck mal jetzt wenn du den nimmst bist du richtig ehrenloser guck mal jetzt nicht wirklich ich hab noch zehn munition wie im gerade hier ist jemand glaube ich drin hier ist jemand warst du das mit den gebaut nein ja eben doch das war ich also er kann sich nicht mehr im sturm nein er sagt nein ja weiß ich auch nicht er hat sie geschrieben hat gesagt oder ja ist mir egal ich werde trotzdem nicht ins sturm ja ich bin sehr gut sehr gut ich werde ihn gar nicht mehr heute in sturm er sagt er wird ich heute gar nicht mehr in stimmen wir sind morgen in stimmen und nicht das ganze woche sind frage erst wenn es weiter weil ich dachte trinkt heute nichts mehr und scheiße muss laufen zeit sind voll verpämpert geht auf mich wurde auch geschossen wir überleben dass aber es kann sein dass ich glaube wir werden ein bisschen schaden haben warum kann ich habe auch kein schaden bekommen wir werden es ist nicht ganz ich bin ich bin ich bin ich schaffe wir es mit schaden oder ohne oh mein gott oh mein gott oh mein gott ja wir haben es ohne schaden oh mein gott ist einfach direkt wieder laufen aber das jetzt ist schon laufen ja das ist ein bisschen als die frau menschleife ich habe nur socken mann was du ich sehe ich sehe ein dass der erde was mache ich und gleich tot ich bin gleich tot nein ich habe mich selber gerade abgeschossen ja ich habe auch so den gar nicht ich wollte ich bin eher nur ich habe aber wie sind diese leute wo ist ein airdrop oh shit haben die diese treppe gebaut ich habe mich nicht mehr meins meins wenn du einmal nimmst meins meine waffe wenn wir den krank können wir den krank ich bin gleich tot wenn man diesen neuen krank trinkt dann kriegst du auch mehr leben nein brauch ich nicht erschreckt mir die ganze zeit ich habe mir doch gesagt in der hütte aber was ist das epische es ist leid gibt es auch immer und gibt es ja die gewisse hätte aber du hast alles jetzt das augen und zwei von japan der farbe ach so jahre ich gebe dir dann zählten granaten werden ja ich bin ehrenmann dankeschön man dankeschön das ist einfach mit meinem grünen stimmgewege nieder Sagt mal, soll aufhören mir zu schreiben, heute wird es nichts mehr. Er hat es schon verlassen. Was? Ja? Kannst du laufen? Oh mein Gott. Siehst du? Alter, was habe ich gerade für einen Fehler gemacht? Ist so. Also ich meine gerade im Fortnite, ne? Du sah es, du bist übelst aus. Das ist doch mehr so. Ja, ey, wenn da eine epische Star ist, die gehört mir. Hey, du hast das schon letztendlich? Nein, ich gebe dir dann die letzten Devils. Ich weiß auch nicht, ich kann mit lilanen Sachen besser umgehen als mit legendären Sachen. Hier ist es gar nicht, dass die Lila-Star. Ja, Ge-Midi. Wirst du die legendäre? Ja, ich liebe die. Ja, ja, nimm die Skau und ab uns verstecken. Leute, ihr denkt euch jetzt, wo the fuck ist der dumm? Nein, ich weiß auch nicht, ich nehme immer die lila Sachen, weil lila. Ich weiß auch nicht, warum ich mit lila besser umgehen kann. Keine Ahnung, man. Auch wenn es schlechter ist, keine Ahnung. Ey, lass den mal ein, diesen Typen. Gollum. Warum? Hä? Digga, ich habe Mitleid, lass den mal ein, bitte. Oh, wieder Legendary-Star, Legendary-Star. Ja, gib mir die dann. Hä? Warte, nimm den Frank, nimm den Frank. Ich weiß nicht, soll ich die Epische nehmen oder die Legendary? Was willst du? Nimm Legendary, Alter. Oh, Digga, die hat fünf Sterne. Ja, und dann trink die. Die ist ja viel besser als die Epische. Oh mein Gott, weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Ich bin tot, ich bin tot. Schieß die mit der Ska, schieß die mit der Ska. Oh nein. Ey, dann haben wir mal eine Digga. Ich hab ihn ausgenommen. Ach, saulame Runde. Wahnsinn, jetzt war's dumm. Weil ich jetzt hier herbegetreten. Ja, ich kann den Halt drücken. Ja, ich kann den Halt drücken. Einmal bitte, wie reicht ich mir sein? Ja, er fragt, ob er nicht entsturmt, wie er jetzt kommt. Ich werde nicht entsturmt. Er sagt immer noch nicht, ich werde nicht entsturmt. Ich werde nicht entsturmt. Bruder, go long. Das war ein Test. Das war ein fucking Test. Ja, ich hab getestet, wie du reagierst. Ich hab's für das Halt. Ich, ich, ich. Sehe ich das noch? Hä? Das war nicht lustig. Das war einfach ein Test. Was soll denn ein Test so lustig sein? Irgendwie hier in der Krisenpark. Was? Hey, wo sind wir gerade? Spring! Flush Factory! Flush Factory! Flush Factory! Doch, du springst! Doch, du springst! Weil da hatte ich immer bis jetzt... Äh, nein! Ich meinte nicht Flush Factory, sondern zu Brücke! Komm, 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 zur Brücke! Nein, wir gehen jetzt bis... Nein! Was ist Brücke, Alter? Was ist Brücke, Alter? Teilweise tot, Alter! Hier ist doch ne... Hier ist doch ne... Hier ist doch ne Truhe und Brücke! Und Häuser! Ja, aber hier ist ne... Oh, egal! Dumballavia! Nein! Ich hab eine MT! Du nimmst die Truhe nicht! Du nimmst die Truhe nicht, wenn du die einmal in die Finger nimmst, ne? Ich bin tot! Hast du gerade gesniped? Nein! Ja, dann bin ich tot! Was für ein Problem sei! Ne? Jemand hat mich gerade gesniped! Guck mal, mein Leben an! Guck mal, mein Leben an! Was ist? Ja, ich weiß es! Ja, lügt, na! Nein, ich weiß es nicht! Mich kannst du nicht falschen! Was ist? Ja, 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 ja! Lügt, lügt, lügt! Es ist Brink! Motor! Hä? In Zukunft wird noch einer kommen! Und zwar ein schwierigeres! Und ich bin nicht einfach ein Mensch! Ich bin ein Türke! Ja! Das sind aber keine richtigen Osmanen, wie ich! Osman? Früher war Türkei Osmanische Reich! Und das bin ich! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du kleine Affe! Ey! Junge, was schießt du mich ab, Alter? Ich bin gleich tot, Junge! Was schießt du mich ab? Wenn du mich einmal tötest, ne? Ich kick dich! Tschüss! Ich kick dich! Tschüss! Haff ihn! Ich hab ihn zwei! Ja, du hilfst mir jetzt erstmal aus, sonst kick ich dich! Komm hier rein! Nein! Du musst mich hier! Willst du ihn töten? Ja! Er kommt! Er kommt! Mach ihn! Mach ihn! Ja! Er sieht uns auch vor mir! Nein! Und direkt ein Medifact! Ich hab getanzt, Mann! Nein! Nein! Oh, ne, hier ist heilig! Hast du die Waffe gesehen, die Schaft? Nein! Nein! Siehst du diese, siehst du diese Shotgun? Ja! Ich weiß! Guck mal, ich hab sie gemacht! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Ja! Hä? Ich dachte, du kannst jetzt Zeitpunkt umgehen! Du hast ja schon eines Zeitpunkt noch! Schei, hör bitte auf! Schön in den Hinterkopf, Alter! Ich kann's schon fühlen, abzudrücken, Alter! Ich hab dir nichts getan! Ich hab dir nichts getan! Schön in den Hinterkopf, Alter! Oh, Schei, bitte hör mal auf! Hol mich hoch! Hol mich hoch! Richtig in den Hinterkopf! Oh, Schei! Richtig in den Hinterkopf! Richtig in den Hinterkopf! Richtig in den Hinterkopf! Richtig in den Hinterkopf! Wie ist das einfach aus? Ich will dich die ganze Zeit bewegt, Alter! Echt? 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 Ich führe das so aus Versehen! Als ob ich dich jetzt durch... Ich töte mich jetzt! Echt? 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 Ich hab den... Guckst du mir grade zu? Nein! Schade! Weil ich hab grade... Weil ich hab grade was Behindertes gemacht! Ich hab grade... Ja! Kennst du diese Toiletten, die... in so... Kasten sind? So grüne Kasten? Ja! Ich hab da viel drauf gedrückt! Die Toilette da drin ist angegangen! Ja, kann ich nicht entreden! Oh, Zeit! Ich bin Level 30! Wie bist du Level 30, Alter? Oh, was tust du mal? Ja, ich bin halt... Ich hab dich nicht... Ich bin halt schlau, Alter! Was erwartest du? Ich bin einfach schlau! Ich bin einfach schlau, Alter! Was erwartest du? Ich bin einfach schlau! 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 Was ist das so? Mach sauber Ich hab gekotzt Warum kotzt du? Ich weiß nicht Was ist das so? Was ist das so? Was ist das so? Was ist das so? Jaja Nicht so viel, aber nicht Nein! Ich weiß nicht Ich glaub ich will kotz Mach das sauber Nein, das ist nicht so viel Ob das so fies oder nicht Mach das sauber Oh 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 Ich hab richtig zurückbrennt gerade Oh Oh Warum Du Was ist das so? 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 Ich hab gar nichts heute gegessen Ich hab gar nichts heute gegessen Ich hab gar nichts heute gegessen Also Das ist nicht normal los Kaufst du keine Teile? Doch, weil ich zu viel Scheiße esse Ist das normal? Normal eigentlich Ich bin wieder am Start Okay Ich bin wieder am Start Was nicht gehört Warum? Weil das durchbrennt Weißt du was durchbrennt ist? Was? Irgendwas mit deinem Magen nicht in Ordnung ist Das war's mit deinem Scheißessen Aber ich hab Oma Was ist mit meinem Armbrot? Dein Armbrot? Das kommt auch vielleicht wegen Weil ich kein Armbrot gegessen hab Ganz bestimmt Ja, warum nicht? Weil du nicht Scheiße isst Weil du nicht Scheiße isst Geh sein Wo war's denn? Ich hab schon Ich bin schon gesprungen Was willst du Armbrot? Oh Wie gehst du dich heim jetzt? Nutella bitte Ja Du hast mir versprochen Wochenende ey Ja gerade wenn Hättest du keine Bauch Oder Dings Sobrennen hättest du dich kriegt Nein, das ist doch nicht davon Nein, gerade Sobrennen Nein, du gibst mir Nutella jetzt Nein Sag mal ey Gleich komm ich hier mit Hausschuh Hallo? Ilici? Ja, ich bin da Max Max Magst du mich mehr als Marco? Ja, ich spiel nicht mehr als Marco Weil früher hast du ihn richtig Du ich bin tot Ich bin tot Komm, 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 komm Töte dich selber Okay, der Stream ist gleich fertig In 10 Minuten Übrigens Leute Nur zur Info vom Stream Ich hab gerade gekotzt Alles klar Diggi Töte ihn Übrigens Demnächst wird vielleicht sogar wieder GTAs Videos online kommen Ja? 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 Nein Nein Geht Da hast doch selber Zucker drin Nein Dann kriegst du ein Boot Mit Marmelade Und einen Joghurt Jaa Ja genau Joghurt mit Dings Äh Ey komm, ich bin tot Zeit 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 Okay Leute, ich mach den Stream jetzt bis er 2 Stunden geht Ey, 3 Leute, guck mal den Stream 1 9 3 Leute In einer Sekunde auf einmal wird die Zahl so Da steht so 0 Auf einmal so 1 Ich denk so Oh, 1 Leute 2 3 Ich denk so Bra Jetzt wieder 2 Yo Leute, wer gerade meinen Stream guckt Schreibt was in die Kommentare Ja, dann bist du einer von den beiden, okay Einer ist drinnen in meinem Stream, der nicht gerade mit mir spielt Ey, wenn ich vielleicht Fortnite ist, vielleicht kann man auch irgendwann vielleicht gerade zusammen Fortnite spielen Wer? Ich komm mit dem Fußball jetzt Wer? Ich komm mit dem Fußball jetzt Ich komm mit dem Fußball jetzt Ich komm mit dem Fußball jetzt Mit wem? Ich komm mit dem Fußball Ja, wenn die wollen, wenn die eine PS4 haben Ja, keine Ahnung, vielleicht wenn ich irgendwie 10 Abonnenten hab Abonnenten Special Wieviel Abonnenten hast? Ja, keine Ahnung, muss ich sagen Also So zu irgendwo, ich hab 56 Abonnenten Hä, bei mir steht 46 Äh, 46, sorry Wollen wir Friedenpark oder? Ach wie, Achse Wenn ich 50 hab, dann mach ich 50 Abonnenten Special Jemand hat bei mir Russisch geschrieben Dann können wir das ja machen Guck mal meinen Stream an Ja Dann können wir das ja machen Ja, guck mal meinen Stream Ja, ich guck Lies mal, was der letzte geschrieben hat Ja, ich kann nicht gucken bei Kommentaren Ich hab keine Ahnung, warum? Ich bin ein bisschen doof Hahaha Weißt du was ich gerade gegessen? Ich hab Hamburger gegessen Aber es war kaltfleisch Aber ich darf das trotzdem nicht essen Hm? Ich darf es trotzdem nicht essen Darf du Hähnchen? Nein, allgemein Ich darf nur Fleisch essen, was Dings Hellalfleisch ist Weißt du? Ja Ja Ja, zum Beispiel Hellalfleisch bedeutet Du weißt ja was Beten ist, ne? Ja Und Hellalfleisch bedeutet, dass du Bevor du das Tier geschlachtet hast, getötet Dass du einmal gebetet hast Und dann ist getötet So, weißt du? Ich bin ein strenger, so gesagt Alter, wenn die sind zwei Läufe Jua, kapieren? Zeig, hier sind welche Wo, wo, wo? Komm das hier rein Aber wir haben keine Waffen, Alter Egal, egal So wachst du mir raus Mach dich dann Ja Ja Mach's, mach's, mach's Mach's, mach's Mach's, mach's Zeig dir nochmal Komm, bau, bau, bau Faktiv dich Ach, du hast den genommen? Den Zipper Bau den hier hin Ich einfach den tüte Okay Ja, ich hab jetzt ne Ich hab zwei Waffen Ich hab zwei Waffen Ja, bau den Zipper noch da oben An die Decke Den was? Den Zipper, den Deckenzipper Was ist ein Deckenzipper? Ja, aber wie Der entfalle Ja, das ist jetzt dabei Ja Wenn die reinkommen, die sind tot, ne? Ja, warte Hast du die Tür aufgemacht? Nein Die waren da Wer sind da? Die muss die Tür zu machen, Junge Jetzt geh hier, wo ich bin Jetzt geh hier, wo ich bin Mach die Tür noch zu Hilf mir doch Mach die Tür zu Mach die Tür zu Jetzt komm zu Und jetzt hilf mir Warte, es ist noch einer da Ja, aber die können nicht reinkommen, Junge Die können nix machen, wenn du hier stehst Nein Kürting Du bist doch schlecht Hier du musst ausmachen Wie du musst ausmachen? Warum? Tu sie mir das an Willst du mich etwa melden?